Am Samstag wird in Berlin der Christopher Street Day zelebriert. 500.000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter zu diesem Anlass in der Hauptstadt. Vor Ort anwesend ist auch Berlins Bürgermeister Kai Wegner, der den CSD am Mittag mit einer Rede eröffnete. In seiner Rede stellte Wegner eine Erweiterung des Artikels 3 im Grundgesetz in Aussicht. Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist, wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da muss die sexuelle Identität mit rein. Das ist mein Versprechen, wir werden das gemeinsam mit euch auch hinbekommen. Laut dem Grundgesetzartikel darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Laut der dpa gibt es aus der queeren Community seit langem die Forderung, den Artikel zu ergänzen. Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Klgon.